Kann in Tendenzbetrieben ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden? Ganz klar nein. § 118 Betriebsverfassungsgesetz regelt, dass für Tendenzbetriebe gewisse Paragrafen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht zur Anwendung gelangen. Dazu gehören die Paragrafen 106 fortfolgende, wo die Bildung des Wirtschaftsausschusses geregelt ist. Rechtspolitisch ist das fragwürdig, denn das Gremium Wirtschaftsausschuss kann ohnehin die Entscheidung des Arbeitgebers nicht beeinflussen. Das ist nur ein Informations- und Beratungsgremium. Dennoch hat der Gesetzgeber das so gewollt. Übrigens, der Arbeitgeber ist aber dennoch auch bei Tendenzbetrieben verpflichtet, einmal im Jahr auf der Betriebsversammlung einen Wirtschaftsbericht abzulegen. Mein Name ist Fabian Baumgartner, ich bin Rechtsanwalt in München und super, wenn Sie hier mal wieder einschalten. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich! Sei beim nächsten Mal wieder dabei!